Dieses Video wird euch präsentiert von Meravando. Bucht ab sofort eure Kreuzfahrten klimaneutral auf meravando.de, denn Meravando schenkt euch die CO2-Kompensation zu eurer Kreuzfahrt und natürlich auch zu eurer Flusskreuzfahrt. Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Fazit-Video über meine Reise mit der Inspire von Viva Cruises. Auf dem Rhein war ich ja vier Nächte unterwegs und Viva Cruises, relativ neuer Veranstalter noch, deswegen muss man das Ganze mal so ein bisschen erklären, wer einfach dahinter steckt und zwar ist das die Rederei Skilla. Habt ihr vielleicht direkt noch nicht gehört, weil man ja immer nur die Namen der Veranstalter meist kennt. Also Skilla betreibt zahlreiche Schiffe für Phoenix beispielsweise, die Nico Vision für Nico Cruises. Ja und der eigene Veranstalter von Skilla ist nun Viva Cruises, wo man dann beispielsweise Schiffe einsetzt, die gerade nicht verchartert sind. Im Fall der Inspire ist das eigentlich ein Schiff, das ist unterwegs, für den Luxusanbieter Tauk aus den USA. So, was ist nun natürlich dieses Jahr in Corona-Zeiten das Problem? Die Amerikaner kommen nicht nach Deutschland und dementsprechend hat man dann überlegt, so oh, was machen wir denn jetzt mit der Inspire? Und da kam man dann auf die Idee, ach, machen wir doch Kurzreisen mit der Inspire ab Düsseldorf. Und auf so einer Reise war ich dann dabei. Es ist ein Schiff, das ist so auf dem deutschen Markt gar nicht so unbedingt üblich, denn man muss wissen, der Amerikaner ist bereit, für solche Flusskreuzfahrten sehr viel Geld zu bezahlen, im Gegensatz zu dem deutschen. Deswegen sind diese Schiffe in der Regel etwas großzügiger. Das heißt, ich habe jetzt nicht wie auf einer Nico Vision 220 Gäste maximal da drauf, sondern nur 140. Riesenunterschied schon mal. Und ich habe auch relativ viele Suiten. Also allein von dem Kabinentyp, in dem ich untergebracht war, die Master Suite, da gibt es 22 Stück. Das ist also schon vergleichsweise luxuriös. Wie gesagt, es ist nicht so, weil man jetzt die Amerikaner irgendwie mehr mag als die Deutschen, sondern es ist einfach so, weil der Amerikaner einfach bereit ist, für so eine Flusskreuzfahrt richtig Geld auf den Tisch zu legen. Aber in diesem Fall ist es unser Glück, dass solche Schiffe, die eigentlich gar nicht für den deutschen Markt gemacht sind, nun uns zur Verfügung stehen. Und das war wirklich, also der Preis für so eine Suite, einige, die da an Bord waren, die haben da für vier Nächte 750 Euro pro Nase bezahlt. Das ist schon sehr, sehr, sehr günstig. Was nun die öffentlichen Bereiche angeht, finde ich, da fällt es jetzt gar nicht so groß auf, dass es sich jetzt um ein Luxusschiff handelt. Das merkt man tatsächlich eher an den großen Kabinen. Aber ansonsten muss man ja sagen, sind gerade neuere Flusskreuzfahrtschiffe, da ist der Standard generell relativ gut. Also ja, das merkt man jetzt nicht so unbedingt, dass das ein Luxusschiff ist. Aber wie gesagt, an den Kabinen auf jeden Fall. Baujahr, glaube 2013, die Inspire. Genau, also auch noch vergleichsweise neu. Und das Essen, ja, was das nun angeht, das war wirklich durch die Bank richtig gut. Ist das jetzt auch so Essen aus dem Luxussegment sozusagen? Also wenn wir so im Hochseebereich, wie so bei Herbergleuth oder so, da muss man sagen, das ist es nicht. Das ist Premium. So würde ich es mal nennen. Also wer zum Beispiel jetzt im Hochseebereich mit TUI Cruises und dem Essen dort zufrieden ist, der wird sich hier sehr wohl fühlen. Das ist in etwa auf einem ähnlichen Level. War alles wirklich durch die Bank sehr ordentlich, schön angerichtet. Also das hat mir richtig gut gefallen. Aber der Unterschied zu TUI Cruises ist, da bekomme ich ja im Hauptrestaurant abends, zum Beispiel was den Wein angeht, nichts Dolles. Das ist so günstiger Wein aus dem Fass. Und ja, das ist schon hier was richtig Gutes gewesen bei Viva Cruises. Denn es gibt dort abends immer eine sogenannte Weinempfehlung. So, da habe ich ein paar Weißweine probiert, weil ich auch Rotwein nicht so gerne trinke. Und habe dann auch immer mal so ein bisschen diese Weine mal gegoogelt. Und das waren so Weine, oh, da sieht man mal so, mal kostet vier Euro die Flasche, mal fünf Euro, mal sieben Euro die Flasche. Das ist also schon vergleichsweise hochwertig. Also, denn was man sonst so als Tischwein irgendwo anders bekommt, das hat auf gar keinen Fall so diese Qualität. Also da muss man schon sagen, das war schon richtig, richtig gut. Gut, wie wird das Frühstück im Moment gehandhabt? Denn Buffet steht da natürlich im Moment Corona-bedingt nicht zur Verfügung. Ich bekomme süße Dinge an den Platz oder auch einen Brotkorb oder auch einen Teller mit Aufschnitt und kann dann noch, ja, beispielsweise Eierspeisen so dazu bestellen. Ja, das Frühstück fand ich jetzt so verglichen so mit Mittag und Abendessen so ein bisschen schwächer im Großen und Ganzen. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich solide gewesen. hervorragender Espresso, ja, das ist auch nicht selbstverständlich und, ja, Cappuccino und so weiter. Das ist alles inklusive, denn das ist auch das Motto bei Viva Cruises, alles inklusive, wobei alles wie immer natürlich nicht alles heißt, sondern nur ziemlich viel. Bei Viva Cruises bedeutet das auch, die Minibar ist inklusive, Wasser auf dem Zimmer, wobei man sagen muss, die Minibar, man macht sie erst mal auf und denkt so, huch, da fehlt noch was, aber ist jetzt nicht so umfangreich. Aber, ja, es geht darum, ein bisschen was zu haben. Ja, also, was nun so ansonsten an der Bar die Getränke angeht, alkoholfreies Sekt, Wein, Bier, Longdrinks, fast nicht enthalten sind allerdings Cocktails, die muss ich fast immer extra bezahlen, mit der Ausnahme von Aperol Spritz. Im Großen und Ganzen ist es wirklich, dieses Gesamtpaket, was Essen und Trinken angeht, muss man sagen, richtig gut. Ohne Wenn und Aber. Was nun Personal angeht, da will ich mal zwei besonders herausheben. Also einmal beide aus Indonesien. Beide erfahren auch im Hochseebereich. Unsere Kellnerin im Restaurant war schon auf Aida Prima, Aida Perla gefahren. Aus Indonesien, hatte ich gesagt, ja. Die waren wirklich richtig gut. Also wirklich herausragend. Also auch eine Kollegin auch an der Bar, eine Barkellnerin, die hat immer gute Laune verbreitet und die kam eher von Carnival, also auch aus dem Hochseebereich. Und ja, also die beiden will ich mal so richtig hervorheben. So an der Rezeption, muss man sagen, fand sich jetzt dieser Elan, diese Fröhlichkeit so jetzt so nicht wieder. Das ist mir also auch aufgefallen. Ja, Barservice. Jetzt könnte man ja denken, Mensch, Schlusskreuzfahrt, gehen die Leute früh ins Bett und so weiter. Nee, nee, also es war durchaus so. Wir hatten nämlich auch wirklich warme Nächte, wo man abends noch lange draußen sitzen konnte. Also bis Mitternacht, 1 Uhr, wird man da auch noch bedienen. Obwohl es inklusive ist. Also ja, war schon gut. So, das Publikum. Wir wissen ja, Flusskreuzfahrt in der Regel vergleichsweise alt, älter als im Hochseebereich. Hab ja mal eine Zahl, glaube ich, gehört. Bei Nico Cruises liegt der Altersdurchschnitt da bei 67. Das war bei uns vergleichsweise jung. Viele waren auch an Bord. Also einige von euch auch, die mich auch angesprochen haben. Mensch, wir haben das gebucht, weil du da irgendwie auch gesagt hast, dass du da demnächst mal drauf bist. Und das war also jünger als sonst. Es waren sogar einige dabei. Hab ich gesehen, die waren so Anfang 20. Da dachte ich so, ach guck. Das war im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr, sehr gemischt. Ja, was nun, ich hab's schon vorhin angedeutet, beim Frühstück, Corona-Einschränkungen. Natürlich muss man Maske tragen, wenn man sich in den Innenräumen bewegt. Das ist keine große Überraschung. Dann ist es so, dass täglich Fieber gemessen wird. Aber das war's dann auch schon. Also ich würde so weit gehen und sagen, okay, dieses Erlebnis, Flusskreuzfahrt, was man da im Moment hat, ist schon sehr nah an dem, wie es vor Corona war. Ist wirklich so. Also von daher kann man da wirklich sagen, das kann man wirklich jetzt sehr, sehr, sehr gut machen. Also wirklich. Ja, die Route von Düsseldorf Richtung Rheingau und wieder zurück. Teilweise mit Overnights in den Orten und ja, wirklich wunderschöne Landschaft. Ich bin ja nicht so der große Freund da, dass das von der Rheinroute dann Richtung Norden, dann nach Holland, ich meine, hat man den Vorteil, man ist da in holländischen Städten teilweise oder Belgien oder was. Ja, also das ist einfach so, dass ich landschaftlich wirklich diesen Abschnitt dann südlich ab Düsseldorf oder Köln wirklich richtig gut finde. Ja, dann sind wir abends, sind wir da noch durch beleuchtete Köln gefahren und das war schon richtig, richtig gut. Also im Großen und Ganzen, vier Nächte, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt die Reisen noch angeboten werden. Also es geht noch einige Monate. Das kann man, denke ich, sehr, sehr gut mal machen. Ja, das ist es gewesen. Wenn ihr noch Fragen habt zu meiner Reise mit Viva Cruises, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche das Ganze dann zu beantworten. Wenn ihr mal die Angebote checken wollt, dann klickt da auf den Link und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.